Aber wissen Sie was? Ein bisschen Klinglöchsing-Klingeling fehlt. Schluss damit! Was wollen Sie? Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin hier, um Sie ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich zünd die zweite Kerze an, ich mein Kellernest wohltuend erwerb. Und langsam werden meine Slenderman Konturen verschärft. So zähle ich eure christlichen Adventskalendertage, an denen ich heuchlerische Sakramentsempfänger jage. Weil ich Misanthrop bin, mein ich Weihnachtsmack besuche und geb mir lieber den Room-Service in Heilandstalt in Buchen. Dieser Heiligabend-Kubel alarmiert meine Magenreize. Darauf schmeiß ich erstmal ne Wanderniere ins Waffeleisen. Ich trink nur in Maßen und ich messe in Fingerbreiten. Der Sherry Whisky heißt mir ein bis in die Innereien. Den Kamin befeuern mittels Wort erstellte Kirchenflyer, denn ich bin von allen Sinnen. Erst recht von Besinnlichkeiten. Von den Mistelzweigen tropft ein kirschroter Sack. Aus meinem Glühblut aus Schank auf das Hirschmotiv ab. Auf den Strickpulli handgefertigt in Sklaverei. Meine gute Tat des Tages, keine Kinderarbeit.